Wir gehen Ihren Weg gemeinsam. Sie möchten Ihr Haus oder Ihre Wohnung verkaufen oder vermieten und benötigen dafür kompetente Unterstützung durch einen Immobilienmakler in Potsdam? Gerne steht Ihnen Gabriela Nietzsche und Ihr Team von Accessus Immobilien mit Rat und Tat zur Seite. Wir bieten Ihnen umfangreiche Serviceleistungen. Zudem verfügen wir über ein großes Branchennetzwerk. Vom Handwerker bis hin zum Facility Management können wir Sie rund um Ihr Immobiliengeschäft begleiten. Sprechen Sie uns an!